Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal ein neues Gehäuse an und zwar ist es das Sharkoon Elite Shark und wir haben gleich mal zwei verschiedene Varianten davon. Hier einmal in weiß-schwarz und einmal in schwarz. Hier haben wir auch schon ein System eingebaut. Warum im weißen? Ganz einfach weil es da ein bisschen besser zu sehen ist und ihr könnt schon sehen, wenn man auf RGB steht, ist man hier vielleicht an der richtigen Stelle. Gleich mal vorweg, das Gehäuse ist komplett aus Metall bzw. Glas, also zwei Seitenteile aus Glas. Die komplette Konstruktion aus Metall, also keinen wirklichen Kunststoff, außer natürlich ein paar kleine Teile wie die Umrandung von dem USB oder die Lüfter natürlich. Logisch, die können schlechter aus Metall sein, aber wir haben hier schon mal an dem Front-IO ein ganz normal Reset-Taster-Power-Button. Wir haben zwei USB 3.0 und einmal USB 3.2 Gen 2, das heißt mit 10 Gigabit pro Sekunde. Viele neue Mainboards haben ja mittlerweile diesen Stecker. Wenn nicht, gibt es dann natürlich auch noch Adapter. Aber ich gehe mal davon aus, wer ungefähr 150, 200 Euro für sein Mainboard ausgibt, der wird auch diesen Stecker auf dem Mainboard meistens finden. Natürlich gibt es die ein oder andere Modelle, wo das nicht der Fall ist, aber da sollte man sich dann halt vorher informieren. Was ich persönlich ganz gut finde, wir haben auch noch zwei dedizierte Audio-Ports, das heißt für Mikrofon und Kopfhörer. Mittlerweile geht nämlich der Trend immer weiterhin, dass es nur einen Anschluss gibt. Das finde ich ein bisschen doof, weil viele Headsets haben immer noch wirklich zwei Stecker und dann muss man keinen Adapter kaufen und bei den meisten Headsets ist ein Adapter von einem auf zwei Stecker dabei. Von daher ist man da, glaube ich, eher auf der besseren Seite als mit nur einem Anschluss. Bleiben wir mal weiter beim Äußeren. Wir sehen schon an dem Gehäuse. Das ist eher weniger für Silent und mehr für den Airflow-Betrieb geeignet bzw. ausgelegt. Wir haben sowohl eine perforierte Front als auch einen perforierten Deckel. Bei vielen Silent-Gehäusen ist es ja so, dass man an den Seiteneröffnungen hat. Das hindert den Airflow so ein bisschen daran, einfach ins Gehäuse zu gelangen und macht das Ganze aber ein bisschen leiser. Hier kommt die Luft einfach ein bisschen einfacher rein. Dahinter finden sich 320 Millimeter-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung, das heißt, ihr könnt die über den integrierten RGB-Hub an das Mainboard anschließen und somit bis zu acht Geräte damit versorgen. Also eigentlich so ziemlich das, was man, ich denke mal mehr braucht man eigentlich nicht. Acht RGB-Stecker, da muss man schon wirklich einiges angeschlossen haben, um da an den Punkt zu gelangen, wo man sagt, es sind nicht genügend Anschlüsse vorhanden. Hinten ist ebenfalls noch mal der gleiche Lüfter vorhanden, das heißt insgesamt vier Stück. Das ist so die Optimalkonfiguration, so dass es nicht wirklich zu teuer wird, aber der gute Airflow noch gegeben ist. Zusätzlich dazu habt ihr im Inneren natürlich noch eine Netzteilabdeckung, die ist oben geschlossen und oben drauf findet ihr auch noch zweimal die Möglichkeit, eine SSD zu montieren. Hier haben wir jetzt dafür uns entschieden, eine Grafikkarte vertikal zu montieren. Das ist ebenfalls möglich bis zweieinhalb Slots. Allerdings würde ich empfehlen, hier nur eine Zwei-Slot-Karte zu verwenden, weil bei einer Drei-Slot-Karte könnte es schon eng werden mit der Glasscheibe. Wer allerdings eine wassergekühlte Karte verwenden möchte, der ist hier glaube ich an der richtigen Stelle, weil bei einer Wasserkühlung ist ja der Airflow, spielt da nicht so eine große Rolle und das Gehäuse ist auch recht gut optimiert für Wasserkühlung, denn wir können hier vorne ein Radiator mit bis zu 420 Millimeter verbauen. Genauso im Deckel, allerdings muss man darauf achten, dass die sich nicht in die Quere kommen. Das heißt, man muss vielleicht an einer Stelle in den kleineren verbauen, damit beides so reinpasst. Das heißt wahrscheinlich eher in den 420er und in den 280er, damit man für beide genug Platz hat. Aber dennoch, das sollte eigentlich so für ziemlich jede Konfiguration ausreichen. Vor allem, wenn man sich dann mal anschaut, dass aktuell sowieso SLI oder Crossfire Konfigurationen nicht mehr wirklich sinnvoll sind. Von daher hat man meistens eh nur eine Grafikkarte und die braucht dann zwar mal 400 Watt, aber Grafikkarten sind relativ gut zu kühlen mit Wasser und mal eine CPU, die dann vielleicht 200-300 Watt braucht. Aber so eine Konfiguration mit ganzen 540 Millimeter Lüftern ist dann auch relativ gut zu versorgen. Platz für Radiatoren ist da allerdings ein bisschen eingeschränkt. Wir haben vorne bis zu 60 Millimetern mit Lüftern. Das heißt, der Radiator darf 35 Millimeter dick sein und oben ist man eingeschränkt von seinem Mainboard. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel entweder bis der 8-Pin-Stecker kommt oder eben bis zum Kühler oder im Arbeitsspeicher. Das hängt immer vom Modell ab. Teilweise hat man dann die Möglichkeit höhere oder mehr Platz oder weniger Platz. Also das kommt immer so ein bisschen darauf an, welches Modell ihr gerade habt und auch welchen Sockel. Wir haben hier einfach mal eine 360 Millimeter All-in-One-Wasser-Kühlung verbaut. Das funktioniert wirklich problemlos. Wir hätten hier oben auch noch auf eine 420er gehen können und das passt ohne Probleme. Das ist ja auch nur ein kleiner Radiator. Das heißt, ein relativ dünner. Und ja, damit wie gesagt, funktioniert alles tadellos. Auf dem vertikalen Bracket sitzt eine RTX 3080 Faunus Edition. Wie gesagt, hier würden auch eine 2,5-Slot-Karte passen. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen, weil vielleicht da der Airflow etwas schlechter wird und dann eher auf die normale Montageweise zurückgreifen. Das Bracket für die vertikale Montage ist bei Sharkoon gesondert erhältlich. Jetzt kommen wir aber mal zu einer Sache, die das Gehäuse so ein bisschen anders macht. Vielleicht nicht wirklich, aber hier wurde besonders Wert gelegt auf Kabelmanagement beziehungsweise auch einfaches Kabelmanagement. Zwar ist es mittlerweile bei fast allen Gehäusen relativ einfach einen schönen Rechner hinzubekommen, zumindest von vorne. Da wir aber hinten ebenfalls eine Glasscheibe haben, kann das schon ein bisschen schwieriger werden. Da hat sich Sharkoon ein bisschen was einfallen lassen, um das ein bisschen einfacher zu gestalten. Vorne sieht man das schon ein bisschen, diese Abdeckung hier, das kennt man aber auch schon aus anderen Gehäusen. Da ist auch noch ein GPU-Halter vorhanden, das heißt an dieser Abdeckung könnt ihr noch einen GPU-Halter montieren. Falls ihr eine extrem schwere Grafikkarte habt, kann das verhindern, dass die so ein bisschen sich runterbiegt. Das ist weder gut für die Grafikkarte noch für das Mainboard. Jetzt schauen wir uns nochmal die Rückseite an, denn da finde ich ist es relativ interessant, wie gut man denn die Kabel verstecken kann, obwohl man nicht viel Zeit an das Kabelmanagement investiert. So, dann Rechner umgedreht, könnt ihr schon sehen, das sieht eigentlich relativ gut aus. Natürlich nicht perfekt, das geht noch besser. Ich habe jetzt hier nur ungefähr, ja vielleicht fünf Minuten in das Kabelmanagement rein investiert, mal abgesehen vom Anstecken der Kabel. Aber man sieht hier nur relativ wenig Kabel. Man sieht hier den 8-Pin, der hochläuft, mit ein bisschen Lüfterstecker noch dazu und hier ebenfalls. Und das ist genau der Punkt, denn Sharkooner hat hier so eine Abdeckung implementiert. Die gibt es zwar auch bei anderen Gehäusen, aber wir haben ja auch sehr viel Platz darunter. Denn bei vielen Gehäusen ist es das Problem, da ist zwar so eine Abdeckung, aber man kriegt die nicht zu, weil einfach viel zu wenig Platz dahinter ist. Sobald man da ein Kabel dahinter hat, also ein 24-Pin zum Beispiel, ist es so extrem schwer, diese Abdeckung zuzubekommen. Und man kann es eigentlich komplett vergessen. Ich habe das schon öfter gehabt und ich habe die Abdeckung da einfach entfernt und das Ganze mit Kabelmanagement befestigt. Das ist viel einfacher gewesen, weil einfach nicht genügend Platz dahinter ist. Jetzt haben wir es aber, dass wirklich genug Platz ist. Wenn man mal dahinter schaut, ja, das ist ein ganz schönes Kabelgebür. Ich habe ja gar nichts mit Kabelmanagement festgemacht. Das heißt, ich habe es einfach nur ein bisschen dahinter gedrückt und das zugemacht und schon sah das relativ okay aus. Und ja, das ist einfach der Zweck dahinter. Natürlich könnt ihr das Ganze auch hinter dieser Klappe noch mit Kabelmanagement befestigen. Das ist ganz nach eurem eigenen Geschmack. Und das noch ein bisschen ordentlicher machen vielleicht. Aber wie gesagt, wenn die Klappe hier zu ist, dann sieht man das her kaum noch. Ein weiterer Vorteil, dass hier so viel Platz hinter dem Mainboard ist, ist, dass einfach hier mal dreieinhalb Zoll Festplatten montiert werden können. Ja, da ist wirklich so viel Platz, dass das geht. Das heißt, wir können hier nochmal zusätzlich zwei dreieinhalb Zoll Platten montieren. Dazu natürlich hier unten nochmal die zwei im HDD-Käfig. Aber trotz, dass wir keinen Käfig in der Front dediziert haben, haben wir hier Platz für vier Festplatten zusätzlich. Das ist schon mal nicht schlecht und ist so auch in keinem anderen Gehäuse, was annähernd so die Offenheit im Innenraum bietet, der Fall. Natürlich bei anderen Modellen kann man sich das vielleicht aussuchen, dass man vorne viele Festplatten montieren kann, hat aber nicht die Möglichkeit, dann auch noch gleichzeitig eine große Wasserkühlung zu verbauen. Das heißt, wer sich wirklich ein System aufbauen möchte, wo man beispielsweise öfter mal oder viele Daten speichert, gerade bei Workstations oder wenn man auch Videoschnitt betreibt, ist das wirklich wichtig, dass man da auch viel Speicherplatz hat und da vielleicht mal wirklich 10, 15 Terabyte an Speichern braucht. Und da ist es dann mit zwei Festplatten wirklich schon ein bisschen eng. Ja, weil 10 Terabyte Festplatten kosten wirklich eine Menge Kohle und wenn man da ein paar kleinere nimmt, ist es vielleicht ein bisschen günstiger und man kann vielleicht auch noch ein RAID-System aufbauen, wenn eine Platte dann zum Beispiel drauf geht, dass da vielleicht ein bisschen Redundanz ist und hier hat man eben den Platz dafür. Alles in allem kann ich eine Empfehlung für das Gehäuse aussprechen. Für mich persönlich wären jetzt ein paar Sachen, die ich verändern würde. Ich würde beispielsweise hier die Netzteilabdeckung oben noch perforieren, dass ich das Netzteil auch in beide Orientierungen montieren kann, denn viele Nutzer haben vielleicht nicht immer Lust, den Staub wieder sauber zu machen oder vergessen es ganz einfach und dann passiert es ganz gerne mal, dass eben das Netzteil keine Luft mehr bekommt über die Zeit und dann eben deswegen nicht mehr funktioniert irgendwann und das ist etwas unvorteilhaft. Hat man es umgedreht, passiert sowas nicht. Ich habe das schon oft genug gesehen, aber natürlich ist das auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich denke aber mal, die meisten werden es auch mit dem Lüfter nach unten montieren, so wie es eben hier der Fall ist, weswegen ich auch verstehen kann, dass Schakun das hier so nicht implementiert hat. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Gehäuse haltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!